Okay, einen coolen Trick habe ich noch für dich, zum Beispiel, wenn dein Internet mal wieder nicht funktioniert. Gehe in das Windows-Menü und tippe CMD ein. Hier gibst du jetzt folgende Befehl ein und zwar tracert www.google.de. Hier siehst du jetzt den Weg, den deine Verbindung nimmt, wenn du auf google.de zugreifen willst. Das heißt, natürlich gehen wir als allererstes zur Fritzbox. Danach gehen wir hier zu irgendeiner anderen IP-Adresse. Das ist höchstwahrscheinlich unser Provider. Das können wir mal kurz überprüfen. Wenn ich jetzt die IP-Adresse zum Beispiel auf dieser Seite hier eingebe, dann sehe ich, dass ich irgendwo bei Vodafone gelandet bin, in der Nähe von Kassel. Ich kann jetzt hier auch irgendeine andere IP-Adresse rauskopieren, die ein bisschen weiter vorne ist und wir gucken mal, wo die ist. Und da sehen wir, aha, wir sind jetzt bei Google und zwar hier, das ist wahrscheinlich in Kalifornien. Okay, wenn wir ein bisschen weiter rausscrollen, sehen wir doch noch nicht in Kalifornien. Offensichtlich stehen einige der Server in Kansas. Die letzte IP befindet sich wieder in irgendeinem Rechenzentrum in Frankfurt. Also, ist schon interessant, wie unser Request irgendwie um die Welt geschickt wird, oder? Kanntest du diesen Trick schon? Schreib's gerne in die Kommentare.